Daniel Kapitel 8 Wo wir einige erstaunliche Prophezeiungen finden Sowohl was die erste Ankunft des Messias betrifft Als auch seine Wiederkunft So heißt es in Daniel 8 Zunächst in den Versen 24 bis 26 Über dein Volk und über deine heilige Stadt Jerusalem Sind 70 Wochen bestimmt Um der Übertretung ein Ende zu machen Und die Sünden abzutun Um die Missetat zu sühnen So wisse und verstehe Vom Manass des Befehls zur Wiederherstellung Und zum Aufbau Jerusalems Bis zu dem Geseibten, dem Messias, dem Fürsten Vergehen 7 Wochen und 62 Wochen Und ihm wird nichts zuteil werden Die Stadt aber samt dem Heiligtum Wird das Volk des zukünftigen Fürsten zerstören Bevor wir auf diese 70 Wochen eingehen Wollen wir erstmal festhalten und klarstellen Dass es hier in der Tat um den Messias geht Wir haben gelesen, dass man den Übertretungen ein Ende machen Und die Sünde abtun will Was sich laut Altem und Neuem Testament Auf den Messias bezieht In Jesaja 53, Vers 7 Und in Johannes 1, Vers 29 Steht geschrieben Natürlich existiert die Sünde auch heute noch Und jeder Mensch ist ein Sünder, ob er das nun wahrhaben will oder nicht Aber durch Jesus ist eine Versöhnung mit dem himmlischen Vater möglich geworden Weil Jesus unsere Sünden, unsere Übertretungen und Missetaten ans Kreuz getragen hat Und genau darum geht es auch bei den 70 Wochen aus Daniel 9 In Vers 25 haben wir gelesen Das vom Erlass des Befehls zur Wiederherstellung und zum Wiederaufbau Jerusalems Bis zum Gesalbten, dem Messias 7 Wochen und 62 Wochen vergehen würden 62 Wochen plus 7 Wochen ergeben natürlich 69 Wochen Da eine Woche 7 Tage hat, müssen wir die 69 Wochen Also mal 7 rechnen, was 483 Tagen entspricht Da es in Daniel 9 allerdings nicht um buchstäbliche Wochen Sondern um prophetische Jahrwochen geht Steht ein Tag für ein Jahr Weswegen die 69 Wochen Also prophetische 483 Jahre sind Ein biblisches Jahr hat 360 Tage Weswegen wir nun die 483 Jahre mal 360 Tage rechnen Was 173.880 Tagen entspricht Da unser Jahr allerdings 365 Tage hat Müssen wir zum Schluss am Ende diese 173.880 Tage Noch durch 365 Tage teilen Was 477 Jahren entspricht Ab dem Tag, als Jerusalem wieder aufgebaut werden sollte Bis zur Sühnung des Messias Sollten also 476 Jahre vergehen Die Frage ist jetzt also Wann wurde mit dem Wiederaufbau Jerusalems begonnen? Schauen wir uns dazu mal im Buch Nähe mir um Wo ab Vers 1 geschrieben steht Es geschah aber im Monat Nisan Im 20. Jahr des Königs Atasasta Da sprach der König zu mir Warum siehst du so traurig aus? Also zu Nähe mir Und ich sprach zu dem König Der König lebe ewig Warum sollte ich nicht traurig sein? Da ich doch die Stadt Jerusalem Wo die Grabstätte meiner Väter ist In Trümmern liegt Und ihre Tore vom Feuer verzerrt sind Da sprach der König zu mir Was erbittest du denn? Da flehte ich zu dem Gott des Himmels Und dann sagte ich zu dem König Wenn es dem König gefällt Und wenn dein Knecht wohlgefällig vor dir ist So sende mich nach Judah Zu der Stadt, wo meine Väter begraben liegen Damit ich sie wieder aufbaue Der Befehl zum Wiederaufbau Jerusalems Geschah als um 20. Jahr Der Königsherrschaft von Atasasta Und das ist niemand anderes als Ataserxes I. Deren Geschichte kein Geheimnis ist Also schauen wir uns mal an Wann er den Thron bestiegen hat So wird berichtet Ataserxes I. Der Erste war von 465 v. Chr. bis zu seinem Tod Im Dezember 424 v. Chr. persischer Großkönig Nehemia 2 Vers 1 berichtet von Nehemia Der im 20. Jahr des Königs Ataserxes Also im Jahr 445 v. Chr. der Mundschenk des Königs war Betrübt über den schlechten Zustand der Stadt Jerusalem Er bat er von Ataserxes den Auftrag, den Aufbau voranzutreiben Halten wir also fest Im Jahr 465 v. Chr. ist Ataserxes König geworden Und 20 Jahre später gab er dann den Befehl zum Wiederaufbau Jerusalems Womit wir also auf das Jahr 445 v. Chr. kommen Von diesem Jahr an sollen laut Daniel Kapitel 9 476 Jahre vergehen, bis der Messias für die Sünden sühnen würde Rechnen wir jetzt die 445 Jahre v. Chr. als Jerusalem wieder aufgebaut wurde Plus die 476 prophetischen Jahre aus Daniel 9 Dann kommen wir auf das Jahr 31 v. Chr. Und was geschah in diesem Jahr? Nun auf der Seite bibelstudieninstitut.de heißt es Dass die Kreuzigung von Jesus durch die Römer nur im Jahr 31 n. Chr. stattgefunden haben kann So wie es Daniel prophezeite Ein weiterer biblischer, prophetischer und historischer Beweis Dass es keinen anderen Messias geben kann und wird als nur Jesus Christus In Daniel 9, Vers 24 haben wir gelesen Das über Gottes Volk und die heilige Stadt Jerusalem 70 Wochen bestimmt sind bzw. Jahre Denn was geschah im Jahr 70 n. Chr. Es kam zum großen jüdischen Krieg gegen die Römer Der im Jahr 70 n. Chr. endete Und zwar mit der Eroberung Jerusalems und der Zerstörung des Jerusalemer Tempels Dadurch kam es dann schließlich zur jüdischen Diaspora Also zur Zerstreuung der Juden in die Nationen der Heiden Wir haben uns nun die Verse 24-26 von Daniel 9 angeschaut In denen es um die erste Ankunft des Messias geht Doch direkt im nächsten Vers geht es um die letzte Jahrwoche Deswegen sind ja erst 69 der 70 prophetischen Jahrwochen erfüllt Darum wird uns nun direkt im nächsten Vers gesagt Was der Antichrist macht und wann der Messias zurückkommt So heißt es in Daniel 9, Vers 27 Und er, der Antichrist, wird mit den vielen einen festen Bund schließen Eine Woche, also sieben Jahre, die letzte Jahrwoche aus Daniel 9 Und in der Mitte der Woche, nach dreieinhalb Jahren Wird er Schlacht und Speisopfer aufhören lassen im Tempel Und neben dem Flügel werden Gräuel der Verwüstung aufgestellt Und zwar, bis die festbeschlossene Vernichtung sich über den Verwüster gießt Nämlich über den Antichristen Diesen Vers in Zusammenhang mit dem Antichristen haben wir schon öfters zitiert Und was hier prophezeit wird, ist Dass der Antichrist sieben Jahre regieren wird Bevor dann die Drangsal und die 70 prophetischen Wochen aus Daniel 9 erfüllt und abgeschlossen sind Weil dann der wahre Messias kommen und den Antichristen beseitigen wird So heißt es im 2. Thessalonicher, Kapitel 2, Vers 8 Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, nämlich der Antichrist Den der Herr, Jesus Christus, verzehren wird durch den Hauch seines Mundes Und den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft beseitigen wird Am Ende der 69. Jahrwoche aus Daniel 9 erfüllte Jesus die Prophezeiung am Kreuz als Lamm Gottes Doch die 70. Jahrwoche geht nach dem Antichristen zu Ende So wie Satans Weltzeit, weil dann Jesus zurückkommt Diesmal allerdings als Löwe, um zu richten und zu herrschen In Matthäus 5, Vers 17 heißt es Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen, sagte Jesus Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen Und das ist ein großer Unterschied Während der Antichrist als der Gesetzlose bezeichnet wird So kam Jesus vor 2000 Jahren eben nicht auf die Welt Um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen und abzuschaffen Sondern um sowohl Gottes Gesetz zu erfüllen In dem Jesus sündenlos blieb, als auch die Propheten zu erfüllen Wie eben die Prophezeiungen des Propheten Daniel Derartige Prophezeiungen gibt es in keinem anderen Buch Weil nur Gott die Zukunft kennt Weswegen sich auch die weiteren Prophezeiungen noch erfüllen werden Denn die Wahrheit kommt ans Tageslicht und das wahr ist und bleibt Der König aller Könige, Jesus Christus Gott segne euch in seinem Namen Amen